So, wir wollen ein Thylakoleo-Team. Wir haben das schon versucht, beim Tapillara zu zweit. Einer fliegt, der andere schießt, aber das funktioniert überhaupt nicht, weil man den gar nicht trifft. Man trifft ihn, aber er reagiert nicht. Also man kriegt auch kein Feedback, dass man ihn trifft. Obwohl ich das eingeschaltet habe auf dem Server. Und Finnell sucht den gerade. Ich suche den auch. Wir sind an der Stelle. Da ist der Bär. Wir laufen zwei Bären rum. Das ist genau die Stelle, wo wir da gestern waren. Also hier im Spiel gestern. Eben vor 10 Minuten oder so. Da vorne ist ein Kanu. Kann sein, dass der wieder im Baum wohnt. Die setzen sich an den Baum. Und hängen dann kopfüber im Baum. Aber, was ist das laut hier mit dem Tapillara? Ja, ne? Quatsch mit dem Quiz. Wir müssen uns das so einbauen machen. Ich glaube, das ist mir zu gefährlich. Also den so selber alleine zu zähmen, das ist schon hardcore. Boah, es sind hier viele heftige Viecher und nebliche... Hier ist er! Hier im Baum! Oh ja! Den kannst du da abpflücken. Habe ich mit dem Kleinen auch geschafft. Ja, du hast ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Du hast ihn! Ich hab ihn! Ich freu mich! Jetzt fliegen wir... Der hat meine Farben! Ich fliege nach Hause! Nein, fliege auf die Plattform! Ja, und dann? Da sind keine anderen Tiere zu Hause, es sind so viele andere Viecher. Und da kommt nichts hoch, da ist er ja sicher. Ich fliege schon mal vor, ich gehe... Ich weiß nicht, wo das ist, auch da, wo der blaue Strall ist. Du brauchst ja nur hier den Weg entlang fliegen. Der ist rot-weiß, der hat meine Farben. Also jetzt im Spiel hier, ne? Kennt ihr ja. Die, die uns kennen, hier ist er total näbelisch. Näbelisch. Machst du auf der ersten Plattform? Frisbee mach ich. Frisbee? Wenn ich frisbee... Wie sagst du wieder frisbee mit? Ich hab nicht mehr... Ich hab nimmer mehr mit. Setz ich hinter das Haus. Ich seh nichts, ich seh gar nichts. Das ist total tiesig, neblich. Hier. Hm, wie der guckt. Ja, hier ist gut. Ist er der Baum wieder gewachsen auf der Plattform der Kleinen? Nein. Ja, ich streife den doch da. Ja, weißt du doch. Weil ich seh doch nix. Du musst jetzt noch ein bisschen nach vorne. Ja, Moment. Ich muss mal mit der Kamera raus. Ist der hübsch? Du musst etwas nach rechts? Nö. Glaube ich. Glaube ich. Da mal mit deinem Baum vorbeikommt. Und du musst tiefer. Ja, das ist jetzt das Problem. Ich seh nämlich nichts. Ich seh nix. Der hängt jetzt am Baum. Der hängt jetzt so ein bisschen am Baum. Ja, ich bin zu hoch. Er hängt noch dran. Ja, ich muss ja erst mal tief. Warum ist das denn auf einmal so easy? Ja, niedlich. Das geht aber. Freut sie überhaupt nix. Die Höhe ist super. Machst du bei den blöden Theradon da weg. Nochmal raub bauen. Boxing. Ja, ich muss erst mal weg machen. So. Ich habe nämlich jetzt hier mein Gewehr. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das fällt darunter. Und stopp. Super. Ganz ruhig näher ankommen mit dem Gewehr. Du sollst nicht mein Vogel abschießen. Du schießt auf die Platte. Plattform. Nein, der hat zwei Hilden im Hals. Echt? Jetzt hat er einen Maul. Nein, jetzt hat er einen unterm Bauch. Bei mir hat er einen Maul gekriegt. Ja, dann mache ich das so. Es ist egal. Er hat jetzt... Aua, Zahnfleischbluten. Ein bisschen warten. Das sind ja die guten Narkosepfeile. Boah, ist das ein heftiges Fichte. Ich backte uns nicht durch die Plattform. Der ist aber groß. Da hat er gequiekt. Ich habe es gehört. Ich auch. Warte noch ein bisschen. Der hat ja schon... Wie viele Pfeile? Fünf, sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eine alte Frau kocht drüben. Sechs hat er. Ich brauche ja mal zehn Sekunden. Der verändert seine Farben. Das ist so ein Mimikritier. Das fehlt ja noch, ne? So ein Tier, das seine Farben endet. Der könnte aber mal runter. Der ist schon wieder da. Was wird der denn hier? Der ist ja genau der Reihe geflogen. Nee, der hat mich nicht getraut. Der hat die weggeschobst. Hau ab, Mensch! Echt nervig, ne? Nervig ist klein. Vielleicht kann man keine mehr ziehen, wenn die irgendwo dranhängen. Aber du weißt ja, das ging doch nicht mit dem Gewehr und Darts. Da musst du hier die normalen Pfeile nehmen. Ich nehme mal die normalen Pfeile. Das haben wir doch schon mal exerziert. Das war aber auf Valhalla. Ist doch scheißegal wo. Die Karte ist doch völlig unwichtig dabei. Das ist die Technik, die nicht funktioniert. Jetzt hat der Zahnstocher im Maul. Nee, der hat die hinten auf dem Hinternbein. Richtig so. Auf mir hat er die alle im Gesicht. Ich nehme jetzt die Stelle, weil dann wir beide da getroffen haben. So, ich habe jetzt hier normale. Jetzt hat er auch richtig gequiekt mal. Ich habe 10 Barts in den reingeknallt, ne? Ja, eben. Das hat noch nie funktioniert mit Darts, finde ich. Ich weiß nicht, warum nicht. Und diese Queste ist so laut. Wie der hängt, ne? Ja. Jetzt. Da lieg ich da. Ja. Siehste? Ja. Och, wie süß der da liegt. Der liegt ja wie schon dann manchmal liegt. Zeug mal. Oh. Oh ja. Äh. So. Da hat noch ein Pfeil im Gesicht. Die verschwinden gerade. Ja. Ja, der liegt ja auch. Das ist lieb, wie der da liegt. Was frisst der denn so? Garantiert Kekse. Ach du Kacke. Ich guck mal die Werte an. Oh. Der hat ganz viel Torpor. Darum dauert. Ups, schau auf. Ja, der hat ganz schön viel Torpor. Auch mit dem Gewicht ist okay. Ja. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Der hat aber doch die Augen auf hier. Der ist ja lieb. Dann hole ich jetzt Nimmermärchen. Und geh mal gucken. Töpfchen und so hast du. Ich hab neun Stück. Ne, den Dings habe ich auch noch 100. Ja. Und den Sattel hab ich. Da ist ein gelber Strahl. Der ist wieder an der bösen Stelle. Das macht aber nix. Kann ich ja gleich mal holen. So. Ich tu ihm mal Töpfchen rein. Der hat nämlich schon ein bisschen. Und du hast so ganz gelbe Zine, du. Ach hier so ein Mini-Raptor, der einen Traik angreift. Es geht da laufen. Wie süß. Da unten war der Alpha, ne? Weißt du, ne? Ja. Aber der ist jetzt nicht hier. Wir sind nur wieder diese hässlichen Brunsen. Ich flieg mal kurz nach Hause. Und hol mal Frisbee. Und dann komm ich dir gleich helfen. Da unten ist ein Raptor, ne? Ja. Ja, es ist schade, dass das noch nicht geht hier mit den Babys ziehen. Dass die kein Essen verlieren. Haben die das extra so eingeschaltet? Nein. Beim Kai Ruko geht es ja nicht. Das ist... Ich meine, du musst doch ein Kai Ruko sehen können. Ein Baby. Du kannst ja dann besuchen. In der Natur. Wenn du das willst. Das haben die doch vorgesehen. Also muss das auch funktionieren. Das kann nicht sein, dass die kein Essen verlieren. Oder... Weiß ich nicht... In einer Minute da... Ein Essen oder so... Ich mach mal das Pferd hier platt, ne? Oh! Da ist der... Ich mach mal den Strahl platt, ne? Den gelben. Ja. Frisbee. kam da was an um sind wir ja und da drüben ist ja der alpharaptor der sie menschen ja den sollte man nachher machen ja den sollen wir machen zum das ist toll da muss doch erst mal gucken ja gut er hat ja genug topor das wie sind die proben sind ich habe aber zehn rohe filets jetzt noch was soll ich hab die anzwege gar nicht an woher vom pferd wieso ruckelt das sowieso ich weiß was hier machen kannst du ich kann da so ein korb hinsetzen mit stroh drin da hält sich das doch alles deswegen nenne deswegen wieso ist er weg will ich ja doch wo der licht unten bei mir also mir liegt er hier oben inventar öffnen kann ich auch nicht doch ist alles da der ist hier oben ich bin nicht synchron dann kommen wir hier hoch und setzt sich hierhin falls du da abstürzt will ich jetzt genau vor mir ich habe ihn gott töpfchen reingesucht der verliert schnell wir brauchen viele töpfchen ja der ist physikalisch nicht da der ist zwar da die kollisions box ist da aber ich sehe nicht ich muss noch mal weg ja ich muss noch mal außer stasis reich wollte was um die da wir gebaut und das ist das wird auch nie funktionieren das programm wird fertig ist das ist kein buch ding was wussten dieses teil wie heißt das teil mit dem stroh wo das tro reinmachst das mit dem stroh das bei bulk gewesen muss man bei bulk das heißt und 3 stores also der y suchen ist das denn nicht bis habe ich doch gelernt gehabt ich finde das dann nicht unter bull ich finde es auch hier nicht baut man das an einem neuen ist post in der tasche eben aber unter bulk finde ich es nicht und 3 guck doch mal bei den entlang hier aber er kam räucherkammer habe ich verlernt ich habe bei der so einst gemacht ich kann hier nicht mehr spielen ich muss gleich das programm werden holzkohle ich habe keine holzkohle könntest du mir holzkohle mit bringen und ich ja eingeloggt habe ich fliege da noch mal nach hause und block da mal aus weil das ist ich habe nur noch hier verstand bilder es ist nicht mehr synchron das stimmt das macht hier auch nichts das gleich ist gleich